...eine mittelige Minute, sozusagen zum eingewechselten Ex-O-Rio. Flanke ist hervorragend für den Test, völlig Eis-Eis! Ah, tolle. Stuttgarter Sättigkeit, keiner konnte sich mehr halten. Tolle, schwere Macherstein, natürlich vom Erzlichen, am Ende führte einige Zeit an die Konventionen zu ziehen. Ich hab noch für uns alle Angeposten unbewahrt und mit der Direktabnahme ausgelutzt. Oh wei! Oh wei! So, 95, 95, 96 Minuten. Aber warum? Sag mir das mal bitte. Aber auch die Ausgabe, die Jungs, die Jungs, die Jungs sind. Ach, da kommt ja zu dir. Nichts aber, Alter, ich bin hier sehen. Wie war denn das? Das war alles.